Hallöchen, kleine Ponys! Ich spreche heute zu euch, um Werbung zu machen. Es gibt einen Kollegen von mir, hat dieselbe Stimme wie ich und benimmt sich mir auch recht ähnlich. Quint heißt der. Seit einer Weile gibt es schon Hörspiele über den, aber seit heute gibt es sogar ein E-Book, das ihr euch kaufen könnt. Das Kontinuum Untermieter heißt es. Soll ich toll sein und jeden Cent wert? Sagt Quint. Ihr könntet damit natürlich Bluetail unterstützen, wenn ihr wollt. Oder nicht. Links in der Beschreibung, bla bla bla. Wenn ihr mich nun entschuldigt, ich habe noch etwas Chaos zu verbreiten. Arrivederci.